Ich würde sinken wie ein Stein. Gehst du schwimmen? Wo denkst du hin? Obwohl ich langsam glaube, ich sollte wirklich schwimmen lernen. Was wäre ich für eine Kontaktperson für die Wassermenschen, wenn ich nicht schwimmen kann? Du bist eine Kontaktperson für die Wassermenschen? Nun, im Prinzip nicht, nein. Diese Position existiert im Augenblick noch nicht, aber das werde ich ändern. Darauf kannst du dich verlassen. Ich bin übrigens Nerida, Nerida Roberts. Wir sind uns erst einmal begegnet beim Duell bei den gekreuzten Stäben. Ja, natürlich. Schön, dich wiederzusehen. Ebenso. Du interessierst dich ja sehr für Wassermenschen. Das tue ich auch, denn sie werden von uns ebenso missverstanden und missachtet wie Kobolde und Zentauren. Und ich finde, wenn Kobolde und Zentauren Verbindungsbüros im Ministerium haben, sollten die Wassermenschen auch eins haben. Beeindruckend. Eine tolle Idee, mit den Wassermenschen Kontakt aufzunehmen. Ja, wirklich? Oh, vielen Dank. Natürlich habe ich bisher eigentlich noch gar nichts getan. Ich habe Ihnen vor einigen Wochen ein Geschenk gebracht und Sie wollten mir auch eines in einer Ihrer Höhlen hinterlassen. Ein Austausch und eine Einladung. Ich wollte Ihnen sagen, dass ich nicht schwimmen kann, aber ich habe es wohl nicht gut übersetzt. Mirish ist echt knifflig. Was genau interessiert dich so an den Wassermenschen? Oh, ich kann dir gar nicht sagen, wie wundervoll sie sind. Die Geschichten über sie sollen sogar bis in die Muggelwelt vorgedrungen sein. Die ältesten bekannten Wassermenschen, die Sirenen, stammen aus Griechenland. Schottland hat die Selkis und Irland die Maros. Ich könnte noch ewig über sie sprechen, ihre prächtigen Unterwassergemeinden, die Domestizierung der Meerestiere, ihre Kunst und Musik. Es ist eine Schande, wie wenig wir sie verstehen. Was denkst du, würde eine Kontaktperson der Wassermenschen tun? Oh, vieles. Ich will alles über sie erfahren. Wenn ich erst schwimmen kann, werde ich natürlich mein Meerisch perfektionieren. Und ich würde ihnen alles erzählen, was sie über die Welt der Zauberei wissen wollen. Ich hoffe, dass beide Seiten wachsen können, wenn wir einander besser verstehen. Was hat die Zaubererwelt bezüglich der Wassermenschen falsch gemacht? Nun, wir haben die Wassermenschen trotz der vielen Gemeinsamkeiten zwischen unseren Kulturen stets herablassend behandelt. Kein Wunder, dass sie den Zauberwesen-Status des Ministeriums vor Jahren abgelehnt haben. Wie kann man solche Schönheit und Intelligenz klassifizieren? Also, ich kann schwimmen. Und ich helfe dir gerne. Das würdest du tun? Danke! 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 Sie sollen auf keinen Fall denken, ich würde ihr Geschenk verschmähen. Diplomatie ist ein Drahtseilakt. Wenn ich mich nicht irre, kann man dort vom Wasser aus direkt in ihre Höhle hinuntertauchen. Was du alles sehen wirst! Eines Tages werde ich es selbst erleben. Das weiß ich einfach. Sieh mal an! Haben die Wassermenschen Nerida wirklich ein Artefakt hinterlassen? Reveilio! Lumos! Contrino! Lu... So. Du musst jetzt mit mir mitkommen. Jetzt fehlt nur noch der Rest von euch. Contrino! Lumos! Und was haben wir hier? Nerida wird sich darüber freuen. Das Geschenk von den Wassermenschen war wirklich leicht zu finden. Oh, das ist großartig! Ich hatte befürchtet, sie hätten es als Beleidigung aufgefasst, dass ich es noch nicht abgeholt habe. Unsere Beziehung zu ihnen ist auch so schon angespannt. Schön, dass wir gesunde, diplomatische Beziehungen unterstützt haben. Bei Merlins Bad. Wundervoll! Das werde ich allen zeigen, auch dem Ministerium. Soll ich es per Eule schicken oder persönlich hinbringen? Vielen Dank! Du hast vermutlich gerade die Beziehungen zwischen der Welt der Zauberei und den Wassermenschen für Jahrzehnte verbessert. Ich muss das unbedingt untersuchen. Vielen Dank!